Bist du bereit für die vielleicht verrückteste Party nach deines Lebens? Dann merke dir besser schon mal den 6. April vor, denn dann heißt es wieder 666 in der Otterkringer Brauerei Wien. Bloß nicht verpassen, denn bei der neuesten Ausgabe des Kult-Events kommt es zum Gipfeltreffen zweier Giganten. Warum, erfährst du von den beiden 666-Machern L. Johnny und Kitty Inc. Hallo, wir sind Johnny und Miss Kitty Inc. vom 666. Ihr seht GoTV. Be part of it. Das 666 ist schlicht und einfach Europas größte Dark-Metal- und Alternative-Party und ein Magnet für ausgeflippte Grenzgänger aus ganz Europa. Nicht umsonst wird das Clubbing längst mit dem Liveball verglichen. Es gibt vier Riesenfloors, elf Zonen und Bereiche, alle thematisch dekoriert und aufbereitet. Eine Riesenanzahl an internationalen Stargästen, DJs, Performern, Shows, Visual Artists und natürlich 3000 Partybesucher, ausgeflippte Crowd, cool gestylt. Man dürfte vielleicht behaupten, dass 666 ist so etwas wie der düstere, extreme Liveball. Die kommende Ausgabe dieser teuflisch guten Party wird garantiert besonders wild, denn das Motto lautet 666 goes Wildstyle und Tattoo-Messe. Und das heißt nichts anderes als zwei Partys in einer. Europas größte Dark-Metal- und Rock- und Alternative-Party trifft auf Europas spektakulärste und erfolgreichste Tattoo-Messe. Jochen Auer, der Organisator der Wildstyle-Messe, wird auch sein Projekt Club Wildstyle und der Modern Primitives Teacher Set bei uns in Weltpremiere auf dem Floor 2 präsentieren. Wir begrüßen den Zombie-Boy, wir begrüßen die Mexican Vampire Woman, dazu natürlich jede Menge attraktive Damen, sexy Outfits, makabere Stylings, das ganze Programm. Und sonst bietet das 666 wieder wie gewohnt Ausschreitungen auf den Tanzflächen, gelagern den Bars und eine internationale DJ-Line, gespickt mit den Stars der Szene. Diesmal haben wir zum Beispiel den Zardonic aus Südamerika, der bekannteste DJ ganz Lateinamerikas aus Venezuela. Leute, die Besucher ansonsten vielleicht nur als Liedsänger oder Gitarristen ihre Lieblingsband kennen. Wir haben eine Kooperation mit dem Torture Garden, der weltgrößte Burlesque- und Fetisch-Club, der mit seinem Veranstalter und einer ganzen Riege von höchst appetitlichen DJs, das 666 heimsucht. Von Mittelalter bis Burlesque, von Rock, Metal, Crossover, Alternative bis hin Drum'n'Bass, Dubstep, hat alles seine Berechtigung auf dem 666 neben den traditionellen Musikrichtungen, eben Metal und Dark-Tunes. Also, gib dir den unangefochtenen Gigant in Sachen alternativer Clubbings. 666, 6. April, Otterkringer Brauerei Wien. GoTV, be part of it.